Das Mädchen, das die Bücher retten wollte von Klaus Hagerup Anna fürchtete sich vor fast nichts. Vor einer Sache fürchtete sie sich aber wahnsinnig. Eines Nachts hatte sie einen Albtraum. Sie träumte, alt zu sein. Anna freute sich nicht darauf, erwachsen zu werden. Nicht mehr lange und sie würde zehn Jahre alt werden. Was für ein furchtbarer Gedanke. Das Einzige, was sie tröstete, waren die Bücher, die sie las. Für Anna waren die Bücher genauso wahr wie das Leben. Anna liebte Bücher. Sie las den ganzen Tag. Diese Geschichte beginnt in der Bibliothek. Dorthin ging Anna für gewöhnlich nach der Schule. Frau Monsen, die in der Bibliothek arbeitete, liebte Bücher ebenfalls. Sie war schon fast 50 Jahre alt. Trotzdem waren Frau Monsen und Anna gute Freunde. Eines Tages kam Anna in die Bibliothek und da war Frau Monsen traurig. Wieso sind sie schlecht gelaunt, fragte Anna. Wegen all den Büchern, die niemand ausleiht. Gibt es Bücher, die niemand ausleiht? fragte Anna. Oh ja, ziemlich viele sogar. Wieso leiht sie denn niemand aus? Weil viele Leute nicht wissen, was ihnen entgeht, sagte Frau Monsen leise. In diesem Augenblick niste jemand hinter Anna. Sie drehte sich um. Auf einer Schemel bei einem der Bücherregale stand ein kleiner, dünner Mann mit einem Stoßbücher in einem Körbchen. Ich entschuldige mich für den Lärm, flüsterte er. Dann stieg er vor dem Schemel und hinkte aus dem Raum. Wer war das? fragte Anna. Das war Milton Berg, antwortete Frau Monsen. Er arbeitet unten im Lager. Der sah aber ganz schön traurig aus, sagte Anna. Wahrscheinlich, weil er schon so alt ist. Nein, antwortete Frau Monsen. Weil er die Bücher vernichtet, die niemand ausleiht. Er vernichtet Bücher, fauchte Anna wütend. Das macht er nicht gerne, erwiderte Frau Monsen. Er tut es, weil er keine andere Wahl hat. Der Chef der Bibliothek meint, die Bücher würden zu viel Platz wegnehmen. Milton Berg liebt Bücher genauso sehr wie du und ich. Doch wenn er die Bücher nicht vernichtet, verliert er seine Arbeit. Er kann sich ja eine andere Arbeit suchen, antwortete Anna. Aber es ist doch nicht seine Schuld, dass die Bücher vernichtet werden, entgegnete Frau Monsen. Und er muss nur noch wenige Jahre in der Bibliothek arbeiten. Wenn er jetzt kündigt, wird es ein anderer erledigen. Plötzlich wurde sie kreidebleich. Vielleicht müsste ich dann... Flüsterte Frau Monsen. Ich hoffe, er kündigt nicht. Anna dachte nach. Wenn die Bücher, die niemand las, vernichtet wurden, dann wurden auch die Menschen in ihnen ausgelöscht, wie ein Blatt im Herbst. Anna begann beinahe zu weinen, doch auf einmal wurde sie wütend. Wir müssen die Bücher retten, sagte sie. Da lächelte Frau Monsen. Ich hatte die Hoffnung, dass du genau das sagen würdest. Die große Frage war, wie sollten sie es anstellen, die Bücher zu retten? Jetzt habe ich's, freute sich Anna. Wir sorgen dafür, dass die Bücher gelesen werden. Das ist die einzige Möglichkeit, sie am Leben zu erhalten. Das stimmt, entgegnete Frau Monsen. Aber dafür muss jemand sie ausleihen. Ich kann sie ausleihen, schlug Anna vor. Frau Monsen nickte. Gute Idee. Allerdings sprechen wir hier von ziemlich vielen Büchern. Anna lief 50 Bücher aus. Als Anna nach Hause kam, leerte sie die Bücher aus der Schubkarre auf den Boden ihres Zimmers aus. Als nächstes setzte sie sich auf ihr Bett. Ach, sagte sie, dann kann ich jetzt wohl losgehen. Und das tat sie. Sie las und las und las und las, bis sie einschlief und von den ganzen neuen Freunden träumte, die ihr in den Geschichten begegnet waren. In den nächsten Wochen las Anna weiter. Sie lernte viele Menschen kennen, von denen sie noch nie etwas gehört hatte. Und sie freute sich darüber, ihnen helfen zu können. Denn weil Anna die Bücher las, könnten die Menschen darin weiterleben. In den ersten Tagen machte das Lesen Spaß. Nach vier Wochen wurde es aber doch ganz schön voll in Annas Kopf. Am nächsten Tag ging sie zur Bibliothek. Hast du denn schon alle Bücher gelesen? fragte Frau Monsen. Ja, antwortete Anna. Und nun bist du hier, um weitere auszuleihen? Anna schüttelte den Kopf. Nein, ich brauche ein bisschen Bücher frei. Schade, entgegnete Frau Monsen. Sie strich mit der Hand über ein Buch, das vor ihr auf dem Tisch lag und seufzte. Was lesen Sie da? fragte Anna. Eine kleine Geschichte, antwortete Frau Monsen. Ich bin mir sicher, dass sie dir gefallen würde. Sie handelt von einem Jungen, der etwas Fantastisches erlebt. Anna spürte, wie es in ihrem Kopf zu kribbeln begann. Das passierte immer, wenn sie Lust hatte, etwas zu lesen. Wie heißt das Buch? Es heißt, der verhexte Wald. Da begann es in ihrem Kopf wie verrückt zu jucken. Okay, antwortete Anna. Dann leihre ich nur noch dieses eine Buch aus. Danach mache ich aber wirklich eine Pause. Der Autor des Buches Der verhexte Wald hieß Waldemar Seyer. Der Junge, von dem die Geschichte handelte, hieß auch Waldemar. Genau wie Anna hatte Waldemar Angst davor, alt zu werden. Es war fast, als würde Anna etwas über sich selbst lesen. Waldemar wohnte direkt neben einem Wald, über den seine Oma sagte, er sei verhext. Waldemar ging mit seiner Oma oft im verhexten Wald spazieren. Bei den Spaziergängen erzählte er seiner Oma, welche große Angst er davor hatte, alt zu werden. Oma erklärte ihm, dass man sich davor nicht zu fürchten brauchte. Es könne dabei ja auch viel Spannendes passieren. Sie erzählte von Gespenstern, die sie im Wald getroffen hatte. Von Gespenstern, die sie zwar nicht sehen konnte, die sich aber in den Bäumen versteckten. Oma meinte, dass Waldemar, wenn sie eines Tages gestorben war, alleine in den Wald gehen solle. Dann würde er ein echtes Gespenst sehen können. Schließlich starb Waldemars Oma. Beim Begräbnis weinte er ohne Unterlass. Es war bereits mitten in der Nacht, als Anna so weit im Buch gekommen war. Trotzdem las sie weiter. Nachdem Oma gestorben war, dauerte es mehrere Wochen, bis ich in den verhexten Wald wieder betrat. Ich hatte mich noch nie in meinem Leben so einsam gefühlt. Omi, flüsterte ich. Omi, wieso bist du nicht mehr da? Der Wind rauschte durch die Blätter über mir. Aber es war gar nicht der Wind, der über mir rauschte. Es war eine Stimme, die flüsterte. Es war Omas Stimme. Bist du es, Omi? fragte ich. Plötzlich sah ich es. Der Baum. Der Baum war kein Baum mehr. Es war Oma. Sie war riesengroß. Ich habe auf dich gewartet, Waldemar, flüsterte sie. Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss. Was denn? fragte ich. Was willst du mir erzählen? Ich will dir von den fantastischsten Sachen, die du je erleben wirst, erzählen, antwortete sie. Hör mich gut zu. Das Buch hatte nur noch eine einzige Seite. Anna holte tief Luft und blätterte um. Aber dort stand nichts. Die Seite war leer. Das Ende war verschwunden. Wie furchtbar. Es war nichts auszuhalten. Das kann doch nicht sein, dachte Anna. Das Buch kann doch nicht einfach so aufhören. Scheinbar hatte irgendwer die letzte Seite herausgerissen. Ich muss jemanden suchen, der das ganze Buch hat, dachte Anna. Als Anna am nächsten Tag zur Schule ging, hatte sie der verhexte Wald in ihrer Tasche dabei. Sie zeigte das Buch der ganzen Klasse, aber niemand hatte es gelesen. Doch alle wollten wissen, was das Fantastische war. Da hatte Anna einen Einfall. Vielleicht konnte sie die Schule überreden, der verhexte Wald zu kaufen. Anas Lehrer lasse sehr gern. Anna erklärte, dass die letzte Seite des Exemplars, das sie gelesen hatte, fehlte. Da wurde ihr Lehrer noch neugieriger. Der Lehrer konnte den verhexte Wald aber nirgends finden. Die Bibliothek besaß nur das eine Exemplar, das Anna ausgeliehen hatte und kein Buchhändler der Stadt führte dieses Buch. Da hatte Anna einen weiteren Einfall. Die ganze Klasse war von ihrer Idee begeistert. Alle Kinder schwärmten in sämtlichen Buchhandlungen der Stadt aus und fragten in einer nach der anderen, ob sie den verhexte Wald kaufen könnten. Und jeder tat so, als sei er sehr enttäuscht, dass man das Buch nicht bekommen konnte. In den nächsten Tagen bestellten alle Buchhändler der Stadt der verhexte Wald. Die Schule kaufte 25 Stück und in Annas Klasse lasen sie die Geschichte laut als Klassenlektüre vor. Doch in keinem der Bücher stand, was Waldemars Oma ihm erzählen wollte. Da wurde Anna klar, dass derjenige, der das Buch geschrieben hatte, es eben nicht verraten wollte. Aber warum nicht? Anna wollte herausfinden, wie das Buch endete. Dafür musste sie mit dem sprechen, der das Buch geschrieben hatte. Anna fragte alle Buchhändler, ob sie den Autor kannten. Aber niemand hatte jemals von Waldemars Seier gehört. Am Ende fragte sie Frau Monsen. Frau Monsen schüttelte den Kopf und zwinkerte Anna zu. Das muss wohl ein Pseudonym sein, sagte sie. Was bedeutet das? fragte Anna. Das ist ein erfundener Name, den Schriftsteller benutzen, wenn sie nicht wollen, dass die Leser ihren echten Namen kennen. Anna kratzte sich am Kopf. Sehr geheimnisvoll, dann werde ich wohl nie herausfinden, was das Fantastische war, sagte sie. Es sei denn, es sei denn, hakte Frau Monsen nach. Es sei denn, ich finde es selbst daraus. Ich hatte die Hoffnung, dass du genau das sagen würdest, Frau Monsen lächelte. An diesem Abend dachte Anna wieder nach. Was würde Waldemar wohl erleben? Gab es nicht tausende fantastische Dinge, die ihm passieren könnten? Es war einfach unmöglich zu wissen, was geschehen würde. Am nächsten Tag schlug Anna allen Klassenkameraden vor, ein eigenes Ende für der verhexte Wald zu finden. Jedes Kind konnte aufschreiben, was es gerne erleben wollte. Der Lehrer fand diese Idee blendend. Tausende von Vorschlägen, was das Fantastische sein konnte, wurden eingereicht. Aber niemand kannte die Wahrheit und niemand wusste, wer das Buch geschrieben hatte. Nicht einmal die, die das Buch gedruckt hatten. Sie hatten den Autor nicht kennengelernt. Nur dass er sich Waldemar Seier nannte, hatte die Frau, die ihnen die Geschichte gegeben hatte, erzählt. In Wirklichkeit trug er einen anderen Namen. Doch die Frau hatte versprochen, ihn nicht zu verraten. Anna lief zur Bibliothek. Frau Monsen, rief sie, ich muss Waldemars Seier finden. Nur er kann mir sagen, was Waldemars Oma ihm erzählen wollte. Ja, sagte Frau Monsen, das stimmt wohl. Und es gibt nur eine Person, die eine Ahnung hat, wo er ist. Ach so, glaubst du das? fragte Frau Monsen. Oh ja, und ich weiß auch, wer diese Person ist. Diese Person sind sie. Wie kommst du denn darauf? Frau Monsen versuchte überrascht auszusehen, schaffte es aber nicht. Sie haben mir zugezwinkert, als ich gefragt habe, wer Waldemars Seier ist, sagte Anna. Frau Monsen überlegte. Komm, sagte sie dann, lass uns in mein Büro gehen. Das Büro von Frau Monsen war vom Boden bis zur Decke vollgestopft. Anna hatte noch nie so viele Bücher in einem Zimmer gesehen. Das alles sind Bücher, die niemand ausleihen will, erklärte Frau Monsen. Einige davon gehören zu den besten, die je geschrieben wurden. Ich habe auf sie aufgepasst, aber für noch mehr Bücher gibt es keinen Platz. Ich brauche Hilfe von Menschen wie dir. Ich glaube, ich verstehe, was sie mir sagen wollen, meinte Anna. Sie sind Waldemaseia. Frau Monsen sah sie verdutzt an. Dann begann sie zu lachen. Nein, antwortete sie. Aber sie kennen ihn, sagte Anna. Könnte sein, antwortete Frau Monsen. Sie sind die Einzige, die weiß, wer Waldemaseia ist? Genau, antwortete Frau Monsen. Abgesehen von ihm selbst, ich habe versprochen, es niemanden zu verraten. Also werde ich es nie erfahren? Vielleicht doch, murmelte Frau Monsen. wenn er dich treffen will. Aber das will er nur wenn ich weiß es, das will er nur wenn ich das richtige Ende der Geschichte selbst herausfinde. Frau Monsen zwinkerte ihr zu. Du bist genauso klug, wie du aussiehst, liebe Anna. Anna. In der folgenden Nacht konnte Anna nicht einschlafen. Sie konnte nicht aufhören, an der verhexte Wald und das Fantastische, das Waldemar erleben würde, zu denken. Sie konnte es doch gar nicht wissen, bevor sie das Ende der Geschichte gelesen hatte. So ist es auch in meinem Leben, dachte sie. Ich weiß ja nicht, was ich morgen erleben werde, denn es passiert ja erst noch. Sie stieg aus dem Bett und holte ein leeres Blatt Papier. Dann setzte sie sich an ihren Schreibtisch und starrte auf das Blatt. Zuerst war es einfach nur weiß. Nach ein paar Minuten aber begann sie etwas auf dem Blatt zu sehen. Dinge, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Fantastische Dinge, die Waldemar in der verhexte Wald erleben könnte. Fantastische Dinge, die sie selbst erleben könnte. Es war, als wäre das Papier auf dem Tisch zum Leben erweckt worden. Anna schloss die Augen und dachte an alles Mögliche. Ich fürchte mich nicht vor meinem zehnten Geburtstag, dachte sie. Ich freue mich darauf. Sie stand auf. Jetzt hab ich's, rief sie laut. Jetzt weiß ich, wie das Buch endet. Sobald die Bibliothek öffnete, war Anna vor Ort. Sie lief zu Frau Monsen, die auf ihrem Platz saß. Würden sie denn hier Waldemars Saja geben? Ist das das Ende von der verhexte Wald? Ja, ich glaube schon, meinte Anna. Ich werde ihm den Brief gleich geben. Warte hier. Es dauerte eine Weile, bis Frau Monsen zurückkehrte. Als sie aber wieder da war, lächelte sie. Komm mit, sagte sie. Er möchte dich gerne treffen. Anna folgte Frau Monsen vom Eingang bis in die hinterste Ecke der Bibliothek. Wir sind da, flüsterte Frau Monsen. Sie klopfte an die Tür. Komm rein, sagte eine dünne Stimme. Plötzlich ertönte ein Niesen. Ich entschuldige mich für das Niesen, sagte Milton Berg. Er war es also wirklich. Milton Berg war Waldemar Saia. In einer Hand hielt er ihr Blatt Papier. Du hattest recht, sagte er. Genau so endet die Geschichte. Er gab ihr das leere Blatt zurück. Wie bist du auf das richtige Ende gekommen? fragte Milton Berg. Mir ist klar geworden, dass wir nicht wissen sollen, was in der Zukunft passiert, antwortete Anna. Er nickte. Genau, sagte er. Denn dann ist alles möglich, beendete Anna seinen Satz. Und das finde ich schön. Das finde ich auch. Können Sie sich vorstellen, noch mehr Bücher zu schreiben? Hm, das ist schwer zu sagen. Vielleicht, er überlegte kurz. Vielleicht können wir zusammen ein Buch schreiben? schlug er vor. Sie und ich? fragte Anna. Und ich weiß sogar schon, wie es heißen wird. Wie wird es denn heißen? Es wird das Mädchen, das die Bücher retten wollte, heißen. Willst du versuchen, es mit mir gemeinsam zu schreiben? Oh ja, antwortete Anna. Das will ich wirklich gerne. Was meinst du, wovon soll es handeln? fragte Milton Berg. Anna überlegte einen Moment lang. Darüber muss ich noch nachdenken, aber auf jeden Fall von etwas Fantastischem. Das Ende der Geschichte